Ein Gericht in der russischen Stadt Petuschki hat eine Klage des Regierungskritikers Alexej Nawalny gegen seine Haftumstände und nächtliche Kontrollen im Straflager abgewiesen. Nawalny war per Video zugeschaltet. Sein Anwalt kündigte an, Berufung gegen die Zurückweisung der Klage einzulegen. Nawalny schilderte die Kontrollen wie folgt. Eine solche Kontrolle geschieht so, dass jeder leidet. Ein spezieller Mitarbeiter muss tagsüber alle zwei Stunden zu mir hochkommen, um mich zu kontrollieren und den Videorekorder einzuschalten. Der Mitarbeiter muss auch in der Nacht zu mir kommen, anstatt etwas anderes zu tun. Der Personalchef muss zu mir hochkommen und so weiter. Das ist eine seltsame Prozedur, die niemand braucht. Nawalny solidarisierte sich über soziale Medien mit dem am Montag festgenommenen Oppositionellen Andrei Pivovarov. Ein Gericht in der südrussischen Stadt Krasnodar ordnete zwei Monate Untersuchungshaft an. Gegen den 39-Jährigen werde wegen der Beteiligung an einer in Russland unerwünschten Organisation ermittelt. Dafür drohen ihm offenbar mehrere Jahre Gefängnis. Pivovarov hatte bis vor kurzem die regierungskritische Organisation Offenes Russland geleitet, die zur unerwünschten Organisation erklärt wurde, was einem Verbot gleichkommt.